Was geht's? Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Scheiße! Weiter! Äufert die Räume! Ja! Ich hab dir... Hier, hier! Sieh nach links! Weg! Gleich hier! Geh! Alles okay? Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Erkennst du irgendeinen davon? Erkennst du irgendeinen davon? Ich bleibe hier. Okay. 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 Andquiera says... Miss, das sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Jetzt zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Hast du was gesehen? Nein. Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Hast ihr nachgesehen? Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Brack ist zum Capitol Hill. Er müsste jeden Moment mit den Typen zurück sein. Oh, shit. Oh. 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 Alles okay. Hallo, sag was. Ruck. Hey, hör auf mit dem Quatsch. Schau nach. Verstanden. Überall nachsehen, los. Ach du Scheiße, Eindringling, Eindringling. Oh, mein Gott. Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Glaubst du, das sind alle? Was ist hiermit? Versuchen wir's. Was ist hiermit? Was ist hiermit? Was ist hiermit? Ja, los! Rein da! Komm. Wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Wir müssen aus dieser Schule rauskommen. Wir müssen aus dieser Schule rauskommen. Was ist das? Wir müssen zur Straße. Okay, sieht gut aus. Ja, scheint okay zu sein. Gut, schau mal her. Sie gehört zu denen. Hm, dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für zwei Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung leer. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns leer. Ja. Okay. Holen wir uns leer. Okay. Ja.